So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe und dafür müssen wir sogar einfach nur im Menü bleiben, weil ich muss euch das halt einfach erklären, wie das Ganze gemeint ist und es handelt sich halt ganz einfach um diese Aufträge hier, nämlich schließe ungewöhnliche Aufträge ab. Was ist damit genau gemeint? Richtig, mit den ungewöhnlichen Sachen sind halt die blauen Aufträge gemeint. Also wenn ihr bei Aufträge guckt, seht ihr ja einmal diese lilaen, davor auch diesen gelben, das ist halt der legendäre Auftrag und hier haben wir halt die schließe ungewöhnliche Aufträge. Also einfach 25 Aufträge von den blauen hier erledigen und schon habt ihr diese Aufgabe fertig. Ich weiß nicht, ob das hochgeht bis 100, das wird sich halt dann zeigen, weil ich sie ja seht, ich habe jetzt 20 Aufträge erledigt, die ich auch schon für euch gezeigt habe und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, was ich so für euch mache, was die einzelnen Missionen gibt, die geheimen, äh, sag ich schon, die geheimen Missionen, weil nicht jede taucht hier auf, aber ist trotzdem aktiv. Dann lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt, halt wie gesagt auch gerne ein Abo dalassen. Natürlich, Creator Code eingetragen wäre natürlich noch der I-Punkt. Danke nochmal an die 34 Leute, die es bereits machen und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.